hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu so erstmal entschuldigung für gestern aber ich habe privat technisch alles nicht auf der reihe gekriegt ja ich komme ja schon bleib ruhig ich werde das aber so machen ich werde die folgen heute über den tag verteilt mal verteilen und rausschmeißen also macht euch keinen kopf es kommt heute alles von long drive bis zu supermarkt bis zu internet bis zu also nicht in der reihenfolge das entscheide ich dann welche reihenfolge wo war ich jetzt bis zu internet zu 123 truck and logistics simulator und dann zum fluss natürlich bis zu empfehlen was für heute sowieso also die folgen die heute sowieso laufen laufen heute sowieso aber die anderen zwei kommen noch zusätzlich dazu deswegen nicht lang schnacken wir werden jetzt heute mal hier den zurückdrehen ich weiß gar nicht welche richtung ich sehe das auch gerade nicht richtig ach jetzt ist es okay so dann nicht lang schnacken motor an handbremse raus gang rein und dann wird heute noch mal strecke geschrubbt das war vielleicht nicht so schlauch aber liegt noch dort also wir schleifen nicht mit so genau dann ist heute ziel mal ein bisschen noch wie gesagt strecke zu machen und leicht ein paar neue spots zu ergabbern oder zu finden ich sitze ein bisschen hoch oder kann das sein so das glaube ich besser vielleicht ein bisschen weiter hoch ein kleines stück nach oben so jetzt hinten müsste ich glaube ich auch noch ein aber das müsste passen von der sitzoptimation her so gut ich habe ja auch festgestellt dass gerade der long drive auf youtube richtig steil geht gerade was jetzt hier wie heißt der chimneys angeht kann ich auch das empfehlen den kanal also grüße gehen raus er macht das auch richtig gut ich finde es bloß traurig dass es das spiel jetzt erst entdeckt hat eigentlich nehme ich schon obwohl es wie gesagt sehr einfach gehalten ist es ist ein richtig nices spiel aber das passt halt schon und zu ihm passt natürlich auch guck mal davon haben wir doch schon was sieht alles wie eine menschen zumindest das ist nicht ganz eine menschen oder das ist ein anderer ort von menschen das ist bloß die frage fahren wir da jetzt hin oder lassen wir die links liegen weil die ist ziemlich weit ab von der straße ich würde sagen wir können uns das leisten und lassen die links liegen nämlich lieber die objekte die direkt an der straße sind wir zu essen haben und hier eigentlich theoretisch so genug und spritt haben wir aus dem sind wir erst mal versorgt wir müssen ja oder beziehungsweise ich möchte ja langsamer in richtung ja wenigstens 500 kilometer gehen und da muss ich ja wirklich mal probieren jetzt mal noch so eine spezialfolge hinzukriegen wo man wirklich einfach nur unterwegs ist sagt da muss ich mir oder was überlegen wie man das jetzt machen am besten aber ist jetzt doch ein bisschen zu weit vorne sehe ich gerade ich sehe die spiele nämlich auch nicht richtig jetzt also passt das und da haben wir noch wenigstens schon mal eine tankstelle aber mal gucken ob da jemand schon auf uns wortet oder eben noch nicht müssen wir mal schauen naja gut bei dem dinge gehen bei dem dinge auf keinen fall ich habe da extra gang raus gemacht warum ist der jetzt ausgehen naja egal da bin ich ausversehen auf i gekommen so was haben wir hier guck mal Pistolenmunition das ist doch schon mal nice die können wir auf jeden fall schon mal mitnehmen die lege ich mal dahin leer leer ist in dem hier was drin nee da ist auch bloß leer schade Gold braucht wohl nicht Benzin stimmt ich wollte ja was probieren haha jetzt war wollte ich ja gucken ob wir die Kiste noch ein bisschen auf Ton kriegen mach mal auf hier oh guck mal der ist offen das ist doof das ist glaube ich eigentlich sogar die perfekte Mischung hier die können wir auch lassen machen wir den Rest mal da rein zack was wir glaube ich noch bräuchten wäre ein Ölkanister wenn ich mich jetzt recht erinnere also generell für Öl warte mal da könnten wir noch den eigentlich auch gleich behalten Hallöchen Wolltest du spielen Wolltest du spielen? Ja der wollte ich spielen ich bin getroffen so nehmen wir den doch gleich mal mit ich weiß jetzt auch nicht warum ich den gerade weggeschmissen habe warte mal jetzt habe ich ihn ich höre doch schon oder was guck mal da hinten guck mal da hinten da ist es wo ist denn jetzt das Chemtrail da ist ja jetzt in die Richtung geflochen der fliegt in die Richtung oder? da wieso? Wahnsinn flugzeuge in the long drive ich hätte auch gerne eins ok da wird das landen aber jedes mal schwierig so ja komm den stellen wir jetzt einfach mal da hin so aber jetzt hier noch irgendwas was der flippen brauchen wir nicht und wieder wer will denn hier heute alles spielen? der wahnsinn so dann fahren wir noch so lange bis es richtig dunkel ist oi gtf ist hier jetzt unbelegt oder was? warte mal ok ich krieg den gang nicht mehr raus ach mist oder wir machen heute einfach mal eine Nachtfahrt ne das habe ich mir schon für die für die Spezialfolge vorgenommen also das habe ich auf jeden Fall gemacht also das heißt für die Spezialfolge für die für das Long Drive extra habe ich mir das schon als Nachtfahrt vorgenommen weil irgendwann muss ich ja mal in den sauren Apfel beißen und nachts fahren so machen wir jetzt einfach aus und ich würde sagen wir pennen jetzt einfach mal ich lasse den jetzt auch rollen dürfte ja eigentlich auch nichts passieren normalerweise außer dass wir jetzt von der Straße auf der rechten Seite abkommen so und dann wird jetzt weiter Kilometer geschrubbt oder so weit oben das ist halt ein bisschen blöd dass er sich die Sitzposition nicht merkt so jetzt weil wir sind vorbildlich wir machen halt immer das Licht an sogenannte Tag vor Licht ok wieso funktioniert aber die Null nicht mehr das finde ich jetzt komisch aber lach ich kann mit Steuerung und Null den Gang nicht mehr rausnehmen naja muss ich halt durchschalten ist jetzt nicht so tragisch muss ich mir halt bloß merken ich muss mal gucken ob sich bei der Tastenbelegung was geändert hat weil eingestellt habe ich eigentlich nichts und ich habe übrigens auch nochmal bei meiner Einstellung durchgeguckt also ich habe selbst ich habe jetzt selbst nichts gefunden was jetzt irgendwie darauf hindeutet dass die Pistenteile die man jetzt quasi aufschlagen kann dass die quasi verschwinden also warum die sich auflösen bei manchen warum sie bei mir jetzt sich nicht auflösen keine Ahnung weiß ich nicht wie gesagt das einzige was ich jetzt ausgemacht habe ist weil ich es einfach nur nervig finde ist das Gras das habe ich halt ausgeschalten ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen läuft das spiel so mit den Standardeinstellungen wie es halt auch ist und ja es läuft es läuft es läuft welche Himmelzeichen wir fahren jetzt mehr westen schon wieder oder? dass ich es richtig sehe fahren wir mehr westlich ok jetzt geht es gerade Richtung Süden mehr in the south ne ich bin schon im letzten Gang ok also bis jetzt hat das Spritzzuführen noch nichts geholfen wahrscheinlich weil die Mische noch zu dick ist aber hey guck mal wir sind bei 11 Minuten und dann knapp 10 Kilometer weg das ist schon mal nicht verkehrt das läuft doch eigentlich ja prickelt aber wieder ein Stein aber ich habe jetzt komischerweise auch festgestellt entweder liegt es immer an den je nachdem wie wann man lädt wie oft man oder wie lange man spielt dass die Steine gar nicht mehr so häufig auf der Straße liegen weil wie gesagt ich habe hier keine Bots installiert wenn ich jetzt ehrlich gesagt also für mein Verhalten für mein Verständnis ist es jetzt nicht unbedingt notwendig hier jetzt Mods zu installieren manche Mods vereinfachen das ja einfach nur also ich habe jetzt nichts gegen Mods um Gottes Willen jeder soll so spielen wie er möchte bei Supermarkt Simulator habe ich ja auch Mods und die sind wirklich hilfreich da wüsste ich glaube ich gar nicht was ich ohne Mods machen sollte da würdest du zumindest genug Content zusammenkriegen wenn ich keine Mods hätte also wird es mittlerweile gerade ein bisschen schwierig bei Summa bei Summa Sim von daher passt das jetzt gerade nämlich schon im Großen und Ganzen mit den Mods dass jetzt hier so prickeln werden wüsste ich jetzt nicht ehrlich gesagt weil mir macht das hier wohl Spaß was ist das jetzt für ein Biom hier das sagt mir ja gar nichts das sieht ja aus wie hier so feuerlandmäßig so wie bei ähhh also wüsste ist es schon mal nicht und prärie ist es auch das sieht aus wie so feuerlandmäßig würde ich sagen so wie bei äh bei Seven Days To Die in der in dem Feuergebiet quasi ist schon echt nice so was haben wir da vorne jetzt oh ja das ist doch so eine Metallhütte ok mal gucken ob da wieder Rednecks sind oder ein Redneck schon mal langsam bremsen oder alles kannst das mal abkühlen Licht natürlich auch raus ich höre jetzt noch keinen Lauburm hallo was bist du das ist von der Dings ein Dorf der Kenner zu sein ganz allein guck mal Benzin und Öl 5,50 die Mischung ist komisch ne hier ist keiner die Kisten gucken reich hier liegt noch eine Rückbank rot 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 probier mal verdammt ich hab jetzt gesagt probier mal einfach mal aber ok was ist da drin leer können wir nicht mitschleifen so aber wir gucken mal in die Kisten da muss ich nicht wo da alles verplatzt Kisten aufmachen das war so klar also ja ich fände es auch besser muss ich ganz ehrlich sagen wenn die Teile sich auflösen würden weil da sieht man nämlich auch mal was hier drin ist und das ist von dem Motorrad ist ja gut ich komm ja schon raus chill doch mal Mensch guck dich mal die Zähne an boah solche Hauer in dem Tank irgendwas drin das sieht schon schwer aus Diesel da holst Diesel drin ne Wasser ne halt auch immer kann man gleich mal einen Wasserhaushalt erfüllen und ich seh schon essen muss ich auch mal oder was so wo ist denn jetzt hier das hier das ist doch ja von dem Scheinwerfer vom Ding ins Bomben jetzt krieg ich das hier hoch dran ich glaub eher nicht ja doch jawohl zum Hasen auf Spießen The Hellbus müssen jetzt so 20 gewesen sein 60 wir machen mal eine Mehrfarbigkeit 40 und die letzte Tür jetzt war ich grad ein bisschen erschrocken muss ich zugeben wo das Teil um die Ecke kam guck mal es geht sich genau auf das ist krass so haben wir nicht mehr dieses Eintönige jetzt haben wir ein bisschen Farbelsschweber so liegt jetzt noch irgendwas rum ich würde sagen ne so essen wollte ich jetzt noch was und dann können wir gleich mal das Ding noch polieren das Teil es glänzt ja eh noch nicht alles davon mal abgesehen guck mal hier die ist auch noch ganz schön stumpf könnten wir auch nochmal gucken das ist fast gleich oder die ist noch ein bisschen heller aber das liegt glaube ich auch an der Tür wenn ich das richtig in Erinnerung hab wenn ich halt kurz das Staffel bräuchte das Teil dann mach es mal sauber jawohl noch mal eine Runde so die Barsche ist durch gleich wird noch ein bisschen Platz im Auto ja wo war jetzt das Wasser hier ja gut Wasser müssen wir jetzt noch nicht unbedingt erfüllen hab ich jetzt eigentlich noch ein Spray ne ich hab aber noch ein Schwamm da geht auch noch immer ich glaube oben lach sogar noch einer na mach es nochmal ab macht es sich glaube ich besser na komm shiny shiny oder muss ich dann nochmal mit der Bürste drüber ich glaube da muss ich sogar nochmal mit der Bürste drüber springt sich wieder irgendwas gegen mein Auto ne aber die scheint auch schon fit zu sein oder wird auch nichts mehr hm machen wir es wieder ein ok wie viel ist soweit fit ok dann gucke ich mal ob ich hier aber ich glaube hier war auch kein Spray ähm dann probiere es nochmal mit einer Bürste ich weiß mal den Schwamm wieder rein ich habe Gott sei Dank noch ein paar Bürsten würde mich jetzt aber wundern ehrlich gesagt Tatsache ok er ist doch nochmal die Bürste krass 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 gleich schon wieder einer. Wir hören doch schon. Oh ja, guck mal, glänzi glänzi, tut das weh? Also ich kann mich daran nicht verletzen, das ist schon mal gut. Guck mal, da will noch einer spielen. Auf ihn, auf ihn. Toll, und er rennt weg. Was für ein Huhn. Ja, gut, machen wir noch zu. Wie spät haben wir es? Was sagt die Uhr? 20 Minuten. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit The Buzz of Hell. Oder so, in der Richtung. Uns fehlt ja noch ein Auge quasi. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Long Drive. Achso, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben, macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen und kommentiert, sodass das Video noch mehr Leuten angezeigt wird und der Algorithmus gepusht wird. Ihr kennt das Spiel. Bis dahin. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.